Kennst du was aus Bayern? Der Schacher Seppelin! Du wirst wirklich ober jetzt anrufen. Und sie ist mit Abstand die geilste Stadt im Land. Zürich das hier. Alles blöde! Ja, herzlich willkommen Jungs! Wie geht's euch, liebe Freunde? Ja, uns geht's gut. Mir geht's zumindest gut. Ich kann nicht klagen. Gutes Wochenende gehabt? Mir ging's noch gut, bevor ich hier eingestellt bin. Jetzt ist alles scheiße, ne? Jetzt unsere Hymne, um uns nochmals hoch zu hypen. Kennst du das? Ich hab den Text auf Seite 6. Kannst du ganz kurz mal gucken. Und wenn der Herrgott Gesundheit schenkt, dann ist das schon mal so gut. Ey, du hast super gesungen! Ich hab gar nichts gesagt! Geil! Top, Alter! Ich hab nur gelesen. Aber wie man da schreit, ist schon lustig. Schon krass! Ja, also kannst du mal versuchen, über Zürich habe ich noch ganz unten auf Wikipedia ausgedruckt. Meinst du, schaffst du es, das zu lesen? Und checkst du es? Die Stadt liegt im Schweizer Mittelland an der Limit und am Zürichsee. Sie hat selber ca. 410.000 Euro und mit ihrer Agglomeration 10 ca. 1,5 Millionen Einwohner und sie ist mit Abstand die geilste Stadt im Land Zürich. Alles breit! Zürich! Geil! Ey, du kannst es ja sehr gut. Ich mache es jetzt nur noch auf Zürich Deutsch. Scheissegal. Ey, willst du auch probieren? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Bei Dortmund, du hast ja mit Lewandowski gespielt, oder? Auch, ja. Hast du seine Nummern? Seine Handynummer? Ich weiss es gar nicht. Soll ich schauen? Ja, kannst du mal schauen. Wir brauchen eben noch für unser Team Säulehändler, Sauhunde, brauchen wir eben noch einen Stürmer. Obermejan können wir noch besorgen. Ja, ich bin nicht so zufrieden, wie er gespielt hat. Ich weiss nicht, ob es für zwei Säulehändler Sauhunde reicht. Du wirst wirklich Ober jetzt anrufen. Ey, ich kann nicht mehr Nachrichten. Ist es gut? Boah. Einfach Ober, gell? Bitte sprechen Sie Ihrer Nachricht nach dem Ton. Ey, Ober, geiler Siech! Das ist Sven, der berühmte Stand-Up-Comedian aus Zürich. Du kennst meine Videos, meine Comedy. Ja, ich rufe dir an, wegen dem Grümpi Wetzville Bonnstetten. Du bist dabei. Du bist im Team. Mein langer Berleit, Lewandowski hat gesagt, du bist jetzt Teil der Säulehändler Sauhunde. Ey, gratuliere. Details kommen alle später. Und ich freue mich auf dich. Bleib fit, bleib gesund. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Ich sage dir Bescheid, wenn er zurück wird. Top, ja, sehr gut. Jungs, ihr seid die Geilsten. Und wer Colonel Blau. Ich wünsche dir Bescheid, dass es